Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Odyssey. Was wir das letzte Mal gemacht haben, weiß ich nicht, im Zweifel war es Unsinn. Wir sollen heute den Stillstand aufhalten. Finde und befreie Klaos Boten. Hermos wurde in Attica geführt. Es geschah unweit des Zentrums des vernamten Bergs Pentelikon. Wahrscheinlich wird er im Marmorsteinbruch des Pentelikon gefangen gehalten. Und dahin machen wir uns jetzt auf den Weg. Äh, was wollt ihr noch sagen? Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal was über Aristophanes gesagt hab. Ich meinte, sobald ich mich recht erinnere, dass ich online geguckt hab, wie er ausgesprochen wird. Und ich meine, gesagt zu haben, dass er wohl laut Umschrift Aristophanes ausgesprochen wird. Ich hab jetzt nochmal einen bekannten Altphilologen gefragt, wie es nun ist. Und das Spiel hier hat recht, es ist Aristophanes. Also, falls ich gesagt habe, es ist Aristophanes, es ist nicht. Ich komm mit dieser Lautschrift einfach nicht so klar, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, deswegen habe ich das einfach fälschlicherweise angenommen. Deswegen, hätte er aber, glaube ich, auch gesagt unter Vorbehalt, so wie ich das verstehe. Ne? Vorsichtig, niemand darf mich sehen. Niemand darf mich sehen am Arsch, du bist keine Assassine. Du bist eine Amokläuferin. Du bist eine ziemlich gestörte Sau. Davon mal eins abgesehen. Könntest du da vorne immer noch hierher? Ne, ist das schon der nächste Ort. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich sehe hier gerade nur drei Schätze rumliegen. Am Pentelikon findet man den reinsten Marmor der griechischen Welt. Stimmt, der pentelische Marmor. Ich hörte, der Parthenon besteht daraus. Aus pentelischem Marmor. Stimmt. 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 kopf geht klar aus boote hängt da oben ich kann mir vorstellen dass ich lohnt werde wenn ich dich hier ausschleppen ich kann mich nicht vorstellen dass das komplett sinn befreit ist den hier raus zu schleppen da springe ich mal hier runter sicherer wow es war wirklich komplett sinn befreit scheiße okay das ätzt mich jetzt schon ein bisschen an da ist das ostrakon rätsel karl die schöne so und zack kann ich den lose schießen was hat mich denn da für krasse feine so so gut flie 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 warte ich mal ich muss da rüber wo ist das Ostrakonrätsel? da drüben das war jetzt sehr böse entertainend wo ist der Affe? da drüben ja 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 du hast ne pussi dabei du Pussy! Pussy! Easy! Sie kann noch stehen? Woanders bist du früh! So ein kleines Söldnerlein! Jetzt ist der Leid nur in die Läge! Suck. Weg mit dir, du Söldner Abschaum. Schön. Das war erfrischend. Es war fordernd, aber ich bin halt gut und ich habe ziemlich böse Pfeile. Anscheinend komme ich zu spät für Heramos. Cleons Bote war nicht der einzige Gefangene. Vielleicht kann ich ja wenigstens denen helfen. Befreiungskampf. Gefangenen aus dem Steinbruch. Der Gefangene, den ich hier rausgetragen habe. Gut, dann war es doch nicht ganz sinngefreit. Nur schon mal ein anderer Abschnitt der vorliegenden Quest. Ist auch nicht schlecht. Wo ist denn hier noch ein Befehlshaber? Achso, da oben. Achso, da oben. Achso. Achso. gut alles erledigt dann springen wir mal raus so und raus bis wohin muss ich dich denn schleppen sag mir jetzt nicht dass das verbuggt ist weil ich den schon rausgetragen habe wahrscheinlich muss ich mit dem jetzt nochmal in Steinbruch zurückrennen und ihn dann rauszuschleppen es wäre so typisch ja äh hab Dank ich muss zu meinem Schiff ich bezahle dich gut du hast ein Schiff ja ich kam an Land um einen Verbündeten zu treffen er genießt die spartanische Gastfreundschaft am Ende eines Stricks Heremos ich kam her um ihn zu retten wir können die Mission beenden wenn du mir hilfst sag mir wer du bist Schiffsführer Onomakles ich bin auf einer Mission und ich muss hier dringend raus spartanische Patrouillen könnten uns jeden Moment finden du hast recht wir müssen zu meinem Schiff ich bring dich zu deinem Schiff zeig mir einfach nur die Richtung an der Küste südlich des Strandes von Marathon warum ist dieses Schiff so wichtig? es ist nicht das Schiff sondern die Fracht sie muss ihr Ziel erreichen was hat es denn geladen? ich bin dir dankbar für deine Hilfe doch das sage ich dir lieber nicht wieso nicht? glaub mir einfach was wir tun dient der Sicherheit und der Zukunft von Athen die Mission muss Erfolg haben meine Bezahlung hängt davon ab also glaub mir das wird sie ich baue es mir jetzt mal ganz einfach und lasse mich dort hinreiten ja es ist vielleicht ein bisschen vermessen sich schleppen zu lassen okay er reitet weg dachte schon er dreht jetzt um um auf den Sack zu kriegen aber nein er reitet weg und das ist ein Aussichtspunkt auf dem Weg man kriege ich mir den erstmal dass ich dorthin reite ja Kollege ich muss mal kurz hier alleine lassen ich muss den Altar des Zeugs besteigen du kommst ja ohne mich klar ne? durch mein Studium komme ich tatsächlich manchmal sehr häufig durch manchmal sehr häufig komm ich doch immer mal durcheinander mit den römischen und mit den griechischen Göttern also mit der Bezeichnung aber je nachdem in welcher Form der klassischen Archäologie du dich bei uns bewegst musst du halt Jupiter oder Zeus sagen aber das ist tatsächlich zumindest für mich wenn ich das so exzessiv mache ein bisschen schwierig da noch den Überblick zu behalten von wem ich nun rede ich bin auch schon weg so schön ist ich mach hier gerade nebenher was lass mich einfach reiten also ich habe gerade weder die Maus noch die Tastatur in der Hand so das Problem ist also um es aufzuklären ich feile mir die Nägel weil ich mir seit bald zwei Monaten äh dass ich mir seit bald zwei Monaten nicht mehr die Fingernägel abfresse wenn so nervöser Nägelkauer und tatsächlich halte ich das seit bald zwei Monaten durch und muss jetzt halt feilen das ist so zur Aufklärung deiner Mannschaft erging es ebenso wie dir ich werfe Heeremus nicht vor dass er uns verriet denen aus Sparta fehlt jedes Mitgefühl bleib hier ich töte die Spartaner zerstöre ihre Schiffe und befreie deine Leute ich kann dich nicht verschonen stehe Oh, wer bist du da? Oh, scheiße. Gib mal deinen Schildhänden, dumme Hure. Au. Keine Pfeile mehr, äh, wo stehe ich ein Pfeiler, da. Das ist zur Zeit nicht verfügbar, shit. Ups. Echt jetzt? Au. Au. Ja, blöde Katze hier. Wie wechsle ich denn... Ha, wie wechsle ich denn nochmal die Munition? Ha, muss ich gleich mal googeln. Oder, warte mal, Option. Steuerung da. Äh. Hä? Da. Kampf. Schießen. Schiff, Kamera. G. Ah, Tatsache. Gut. Dann haben wir das geklärt, dann kämpfen wir beim nächsten Mal gegen drei Kopfgeldjäger. Wuhu. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020